So Gemeinde, ich bin heute mit Andi unterwegs. Bedingungen sind wirklich besser wie beim letzten Mal und ich denke heute knallt das richtig. Wir haben Tauwetter. Ja, das passt auf jeden Fall. Okay, viel Spaß euch und jetzt geht's los. So, jetzt oder nie. Leider hat Andi jetzt den Kescher und hier kann man sie nicht stranden, wenn sie dann beißt. Ja, 4 Grad Wassertemperatur haben wir. Südwestwind, ablandig. Wirklich gute Bedingungen, aber es ist doch heute ein schwieriges Angeln. Sehr schön, Andi hat eine. Sehr schön. Das ist ein richtig schöner Fisch. Das ist ein richtig schöner Fisch. Du machst das aber auch spannend. Die ist richtig gut. 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 Der Petri fettes Teil. Was für eine schöne. Die ist richtig gut. 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 Die ist richtig gut.